Hey Freunde, Willkommen zu einem weiteren leichten Achievement Guide, heute mit Six Souls. Das Spiel kostet regulär 8 Euro, aber die Xbox-Version ist gerade auf 6,39 Euro reduziert. Das Spiel ist außerdem Cross-Buy, ihr könnt also Doppel-Platin für PS4 und PS5 bekommen. Die Platin oder 1000 Gamerscore dauern ungefähr 25 Minuten. Und was ihr dafür tun müsst, ist 10x sterben, 10 Gegner töten, 6 Münzen sammeln, 3 Bacon einsammeln. Und dann müsst ihr auch noch so weit spielen, dass ihr zum zweiten Boss kommt. Nach dem zweiten Kapitel werdet ihr auch noch die Dash-Fähigkeit bekommen. Die müsst ihr insgesamt 30x anwenden für eine weitere Trophäe. Am Anfang, wenn ihr das Spiel startet, wählt ihr den klassischen Modus aus, das ist der Easy-Mode. Und dann kommen Zwischensequenzen, die könnt ihr aber alle überspringen, damit ihr direkt im Spiel landet. 6 Souls ist ein klassisches Jump'n'Run. Ihr müsst springen, Wände hochklettern und natürlich auch schlagen. Und ab und zu gibt es ein paar Passagen, vor allem im zweiten Level fangen die an, wo ihr euren Hund durch enge Gänge steuern könnt. Und dann müsst ihr Bacon oder einen Schlüssel einsammeln und zu eurem Herrchen zurückbringen. Die Achievements sind sehr leicht. Die 6 Münzen, die ihr einsammeln müsst, sind offensichtlich, bzw. ihr seht sie natürlich auch hier im Video. Aber es gibt mehr als 6 Münzen im Spiel, also macht euch da gar keine Sorgen. Und die Bacons werdet ihr auch alle hier sehen in dem Walkthrough. Und in der Videobeschreibung habt ihr nochmal die Kapitelauswahl. Da seht ihr auch nochmal, wo alles genau ist. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr eine Wand hochklettern wollt, dann müsst ihr R1 oder RB gedrückt halten, weil wenn ihr den Knopf nicht haltet, dann rutscht ihr da runter. So, das war jetzt alles, was man zu diesem Spiel sagen muss. Mehr ist da nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Walkthrough und natürlich auch beim selber zocken. und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald! HHH … … … … … … Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.